Oh, ich hab keinen Bock mehr. Schatz, was ist los? Was ist los? Nach drei Stunden sitze ich immer noch hier und blase dieses Ding auf. Ist ja gar nicht so schlecht. Hä? Sonst hast du nach zwei Minuten immer keinen Bock mehr. Ist das dein Ernst? Ja. Schatzi? Hm? Heute lernen wir mal was. Was soll ich denn daraus lernen? Pass auf, ganz einfach. Das ist die Realität. Und das hätte ich gern. Alter. Ist doch so. Papa, wenn du eine Pizza wärst, welche würdest du nehmen? Salami Piperoni, die ist heiß und scharf. Ähm, ich hätte eher an Margarita gedacht. Wieso? Die hat auch nicht viel drauf. Bulldog! Hihihi! Wieso? ừa? Wieso? Wнова? Wieso? 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 Untertitelung des ZDF, 2020